Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was Achim da probiert, Winchung ist es nicht und funktionieren tut es auch nicht Während der Angreifer obenrum fummelt, stößt du unten mit dem Knie zu und drückst ihn damit nach hinten Dann trittst du ihm seitlich ins Gelenk, bis er das Gleichgewicht verliert Jetzt kannst du ihn mit einem Tritt in die Rippen davon überzeugen, das nächste Mal freundlicher zu dir zu sein Winchung gibt es über 1000 Mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz Finde die Schule in deiner Nähe unter www.wingchung.com